Musik Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ist es gestern am Faschingsdienstag gekommen, das berichten die Nöhn. Im Ernstbrunner Wald im Bezirk Kornneuburg überschlägt sich ein Fahrzeug, die Helfer kommen im Bienenkostüm. Die Feuerwehrleute haben sich gerade zum Faschingskschnas getroffen, als die Einsatzmeldung eintrifft. Weil zum Abschminken keine Zeit mehr ist, rücken einige von ihnen im Kostüm aus. Der Lenker ist mit dem Schrecken davongekommen, er hat sich unverletzt aus dem Pkw befreien können.